Ihr wollt Konflikte einfach mal anders lösen, verstehen, warum reagiert ihr so, wie ihr reagiert, warum reagiert der andere so, wie er reagiert, egal ob es ein Konflikt mit Kollegen ist, mit Freunden, mit den Eltern, mit den Kindern, mit dem Partner, wir kennen das ja alle, dann könnte die GfK für euch genau das Passende sein und ich freue mich über jede Anmeldung von euch.